In Baden-Württemberg gilt eine nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr. Auch die Königstraße ist wie leer gefegt, während nur Vereinse noch Lieferdienste, Passanten und vor allem Polizisten die Straßen bevölkern. In dem ganzen Hin und Her haben einige Passanten anscheinend noch nichts von der neuen Regelung mitbekommen. Ich wollte ihr die Stadt zeigen, wenn sie nicht hierher kommt, wollte ich ihr ein bisschen Stuttgart zeigen. Aber das geht jetzt nicht, Ausgangssperre? Wissen Sie das? Nein, tatsächlich nicht, weil ich auch nicht aus dem Landkreis Stuttgart komme. Ich komme vom Landkreis Reutlingen und da ist schon keine Ausgangssperre bekannt. Sich um diese Uhrzeit noch draußen aufzuhalten, ist nur in Ausnahmefällen möglich, unter anderem kommen, für den Weg zur oder von der Arbeit. Vere, sagt Ihnen das was? 21 Uhr. Sie kommen von der Arbeit? Nein, ich gehe von der Arbeit. Sie gehen zur Arbeit. Haben Sie mir auch was, müssen Sie mir vorzeigen können, die Erlaubnis? Okay, das passt. Wohin müssen Sie jetzt? Nach Hause? Ja, natürlich. Nach Hause heißt? Ja, das ist Milchhof. Milchhof, okay. Nehmen Sie U-Bahn oder laufen Sie? Ja, nehmen Sie U-Bahn. Nehmen Sie Bahn, okay, gut. Dann machen Sie es gut, ja. Dankeschön, ich bin Schein. Vielen Dank. Tschüss, ebenso. Ja, Dankeschön. Ja, wiedersehen.